Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Together. Servus, wir Old Republic. Hi. So, wir hauen hier gerade, genau, in diesem Heldenbereich noch alle Leute um. Geh mal dahinter. Hier dahinter zu dem Kanister in die Nähe, bitte. Okay. Okay, das war's schon. Ich dachte eigentlich auch, das zählt für mich. Nein, das zählt leider nicht. So, hier hinten ist noch ein Gladiator-Kämpfer, wollen wir den noch gleich noch mit wegauen, wenn wir schon mal da stehen. Ja, natürlich. Vielleicht haben wir übrigens in der Zeit auch wieder die anderen. Ja, genau, wir hatten ja kurz, zwischen der Folge eine kleine Pause gehabt, da du musst du ganz dringend auf Toilette. Musst du AA machen. Musst du das allen erzählen? Ja. Die Leute da draußen, die Leute da draußen müssen doch nicht alles von mir wissen, oder? Sei doch froh, dass du nicht, dass ich nicht erzählt habe, was du wirklich auf Toilette gemacht hast. So, hier sind unsere zwei tatsächlich respawned. Jawohl, das ist nicht so. Ja, geht da los. Hm. Die Pause haben wir natürlich wirklich nur wegen den Zuschauern gemacht, damit wir hier sinnloses Herumgesuche ersparen, beziehungsweise es auch für die Zuschauer schneller geht. Ja, 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 du musst es AA machen oder noch Schlimmeres. Oh, da ist was Blaues, cool. Für mich. Nein, das wird definitiv für mich sein. Ich mach schon mal auf. Kannst du ja inzwischen mal machen. Guck mal, sie ist jetzt für mich. Meins. Schade. Alles meins. Ich wusste es doch. Sieht man doch von Weitem. Gut. So, gucken wir mal, was es eigentlich ist. Ähm, der Schaden ist ein bisschen höher, aber ansonsten, nee. Ich glaube, einen brauchen wir noch, oder? Kann das sein? Äh, ich hab jetzt gerade hier mitgezählt, ja, ja. Hier will ich nicht reinrennen, hier rennen wir nicht nochmal rein. Warum nicht? Ja, weil es doof ist dort. Wir haben auch hier einfach nochmal so einen Gladiator, ich weiß nicht, wir haben das, was wir dort hier. Ja, ja, dann, ne. Dann gehen wir hier so einen Gladiator und dann. War es das mit euch fest? Nee, dann müssen wir wahrscheinlich die Bombe noch platzieren. Bum, 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 bum. So, Jigeni ist auch hier in der Nähe. Jigeni. Jigeni, ist ja auch egal, wie er heißt. Nee, ist es nicht. Es könnte auch ein Zuschauer sein. Die Leute wissen doch, gerade meine Zuschauer wissen, wie schwer ich es mit Namen habe. Kannst dir gerade so meinen, ne, merken, ne? Hm. Hm, ne, du, du geht bis den Rest. Zwei Buchstaben. Ja, gehen. Ja. Okay. Gut. Wobei ich mir vor und nachnamen bei mir merken kann. B, L und Ack. Was? Was für ein Ding? B, L, also Bill und Ack. Vor und nachname. B, L? Weil das ein paar Buchstaben sind. Ja, genau, genau. So, okay. Gucken wir mal wieder, äh, halt da unten ist noch was zu tun. Du, Hasenkopf. Komm, zurück. Ach so. Ich hab doch gedacht, die Bombe muss noch platziert werden. Du rennst gleich wieder raus und ich renne dir natürlich hinterher. Ich dachte, da war auch gar nichts angezeigt, aber wirklich jetzt. Glaube ich zumindest. Doch, ganz unten in der Ecke. Okay. Na gut, dann hab ich mich verguckt. Wollen wir mal, wo ist denn dann? Ach ja, hier drinnen. Komm, wir versuchen es mal auf dem Weg. Ja, ich finde das irgendwie noch etwas sehr, sehr undurchsichtig, muss ich ehrlich sagen. Also ich komm damit zurzeit gar nicht klar. Oder darauf gar nicht klar. Weil, das hat mich jetzt wohl wirklich verwirrt. Wir waren in der letzten Folge, waren wir, also in der letzten Aufnahme, waren wir da wo hin gegangen. Jetzt sind wir mal wieder irgendwo, jetzt wieder weg. Also irgendwo andere schon wieder. Und, keine Ahnung. So. Oh, die Gendi stirbt, die Gendi stirbt. Vielleicht kann ich ihn noch retten. So, ich guck mal, ich rette hier Leute. Bin ich nicht nett? Ja. Für mich wär's netter, wenn du hier mal ankommen würdest. Nö, ich rette jetzt erstmal den hier. Nö, tschüss. Oh, hier unten sind noch ein paar. Ein Betrieb hier. Hart umkämpft, dieses Heldengebiet, muss man sagen. Zu allem bereit, ja okay, alles klar. Dann, dann verdien mal ein bisschen Geld für mich. Wenn du zu allem bereit bist. Bist denn, da. Da bin ich. So, das sind eins, zwei, drei, die schalten wir erstmal aus, würde ich sagen. Und dann geht's los. Das sind ja überhaupt fünf. Aber, sind fünf Tote. Ging doch leicht. Was hast du denn? Oh, hier ist einer. Ja, das ist ja auch der Boss, den wir vermutlich... Aua, jetzt hat er mich schon ausgestand. Kann ich grad nicht heilen. Nö, ja. Gibt's Schlimmeres. Das Erste. Der ist sowieso nur 20. Na gut, dann brauch ich dich eigentlich heilen. Bisschen Aua macht das schon. Nö, ich brauch dich wirklich nicht heilen. Das hat schon. Nö. Pauli war so drauf. Elara macht das schon. Nö, ja, alles gut noch. Geht noch voran. Zack, zerlegt. Okay, jawohl. Okay, schwere Rüstung, also für mich. Zack, Bombe gelegt. Oh, du hast schon kaputt gemacht. Gut. Da kommen wir wieder zurück. Genau, das war's schon. Ja, aber noch ein Strahl. Ein grün? Nö, ein blauer. Ach, ein blauer Strahl. Ja, richtig. Aber so ein hellblauer Strahl, ne? Genau. Na dann. So, würde ich sagen, wieder auf Tote Hü und dann wieder hoch. Es sei denn, die mit Stubb wieder unterwegs, dann heile ich sie natürlich wieder. Ich bin ja Heiler. Hat sich Chingini bedankt, eigentlich? Keine Ahnung, habe ich nicht aufgepasst. Kann schon sein. Wenn nicht, ist auch nicht so wild. Als Heiler gehört das dazu. Ich mach das selbstloserweise. So, zieh genau die 20 Ausdauer. Das Ding ist totaler Schrott, was wir da gesammelt haben. Manu. Vergleich zu unserer guten Ausrüstung jetzt. Ja, schön wieder da zu sein. Ich hast ja auch mal einen neuen Spruch. Ja, schön unten bleiben. Ah ja, Chigini flüstert, danke eben fürs Heilen. Wie ist der, klappt doch. So, warte, wollen wir ihn zurückflüstern? Ja. Ich finde auch, dass meine Kira Karsen schön unten bleiben kann. Doch, bobo, bobo, ja. Ja, Frau Karl. Oh, ja, macht mir aber gerade irgendwas. Hämtlich schaden. Hui, ich sehe gerade, ja. Was ist das denn? Vielleicht lieber auf einen anderen erst mal gehen, weil der ist das hier, der Elite. Ja, der Boss, genau, den sollte man nicht unbedingt mal als erstes machen. Aber die waren noch vorhin nicht da gewesen, oder? Ja, die waren ja auch ein paar andere, doch, 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 die waren vorhin da, die haben nur quasi andere, wenn die durchschnetzeln wollen. Das waren die, die ich als erstes geheilt habe, als ich hier reinkam. Da, da alles gut. Gut. So, dann kommen wir noch mal auf den Kleider. Gut, dann ist wir noch ein krasses Stück, aber. Was soll's? Sieh. Zack. Was soll der Geist? Aber auf den Kleider sind wir ja immer noch, wir können ja auch im Kleiderfahrstuhl fahren. Genau. Wir können ja hier auch weiterfahren. Genau, und dann gehen wir halt wieder hoch. Oh nein. Ja, du bist zu. Ich glaub, es geht nach Schaden, je nachdem wie viel Schaden du bekommst. Ja, ja. Aber ich mach doch gerne hier die Mops nochmal mit. Mach ich doch gern. So gern. So, okay, dann komm mal her. Dann geht's weiter hier. So, jetzt versuch ich mal nichts zu ändern. Ich... Ich versuch's. Ich streng mich an. Ja, eigentlich kommen wir ja hier lang. Ja, ja, mach einfach hoch. Wir müssen ja eh erst mal abgeben. Genau. Am Fremdlingswaffenwasser. Ich glaub, das war's dann jetzt hier zumindest schon mal mit dem Gebiet hier. Ja, genau. Das war's erste und relativ kurze Gebiet, ja. Okay. Oh, jetzt hab ich ja... Jetzt krieg ich aber... Aber ich leb noch. Ah, 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 ah. Muss ich mal... Muss ich mal anmerken, dass... Dass das ja relativ gleich aussieht wie die erste Map, wo wir waren. Also jetzt hier, ähm, Dingens. Jein. Das sind ja... Ist ja... Ist ja... Ist ja Stadtgebiet. Das sieht, äh... Also vorher war's eher grauer. Coruscant war grauer. Ja, hier ist natürlich ein bisschen jetzt aufgehält halt durch diesen, ähm... Ja, aufgehält nicht die... Orangstöhnung mehr. Findest du? Ja. Was passiert als nächstes? Das war ein schwerer Schlag für die Separatisten. Er wird ihre Pläne um ein Jahr zurückwerfen. Ich werde die Zeit nutzen, um sie zu infiltrieren und sie von innen heraus zu zerstören. Danke nochmal. Ach, haben wir doch gern gemacht. So, was kriegen wir? Einen Standard-Prototyp-Lagerkasten, eine Molininen-Panzerhandschuhe, die... Und, ja, ihr Lagerbisch eine Rüstung geben würden, aber... Äh, oder zwei Planeten. Ich nehm mal das hier. So. Ui, und, äh, 11.000 XP. Ja, bei mir GDXP-Einzeige auch schon wieder etwas nach oben. Das ist doch nicht schlecht. So, war da schwerer Rüstung und, äh, äh, konnte Lara auch ein schwerer Rüstung anziehen? Ja. Nenn, dann muss er leider wohl oder übel. Du kannst ja schon mal gerne vorausreißen, wenn du das unbedingt willst. IEC, mal sowohl oder übel mal ihr Unterteil wieder anziehen und dann hier das Teil anziehen. Besser. Zack. Wächst wieder eine Hose. So, was haben wir denn hier? Leichte Rüstung. Handschuhe des Kattetten. War das jetzt besser? Nein. War nicht besser. Okay, dann hatten wir auch, was haben wir hier? Das war, glaube ich, auch besser gewesen als meine Handschuhe. Ja, hat etwas mehr Rüstung, ne? Ja. Gut. So haben wir uns wieder etwas besser ausgestattet. Na, dann komm. Jawohl. Fliegen wir mal heim. Nach Hause geht's jetzt. Ganz allein heim. Willst du Heia machen? Ins Bett? Ja. Warum ist es auch erst Nachmittag, wo wir gerade aufnehmen? Nee, nee. Für dich ist Zeit. Wieso? Willst du jetzt damit sagen, dass ich schon zeitig ins Bett muss? Ich will damit sagen, dass du immer unausgeschlafen immer so gemein bist zu anderen. Das stimmt doch gar nicht. Unausgeschlafen. Doch. Unausgeschlafen bin ich ganz schläfrig und müde. Gar nicht. Unausgeschlafen, ne? Genau. So. Da sind wir wieder. So, jetzt können wir uns wieder mit unserem Heini unterhalten, der hier umsetzt. Ja, ich steig erstmal vorher. Jawohl. Ich bin zurück. Ja, du bist zurück. Ja, ja, ich auch. Los geht's. Diese Swoop-Bande wird keinen Ärger mehr machen. Chobet-i kaufst du an, die Le-ji-hulog-huta. Oh, Kakiza, Spida-Perupa. Katwa-Shiniko, Higa-Tanulia. Oh, Pag-Fra-Wonawaga, Mipunawa, Duetuipe. Danke euch im Namen der Bürger dieses Sektors. Jawohl. Schlichter Premium-Laberkasten. Ah, nee, wir nehmen jetzt Laberkasten vor allem. Oh, wir kennen auch Ilaras Feldarmschienen. Nehme ich die hier. Die sind, äh, geringfügig besser als die, die sie anhat. Hä? Wo ist jetzt die Quelle? E-C. Aber im Blick. Ja, ja, hinter dir. Nasenbär. Zack. Das Ding gucken wir mal hier runter, das hier auch und so. Und, so, okay. Zack. Nochmal drei Medaillen. Juhu. Würde ich mal sagen. Gehen wir weiter. Look. Erstmal zur Promenade wieder runter. So, wohin? Zur Promenade, Mitte. Alles klar. Weil wir ja erstens, unter, äh, Ratioform ist das. Das ist Ratioform? Ja, das ist Ratioform. Alles klar. Nein, das war keine Schleichwerbung. Nee, ähm, ja, ist vollkommen egal. Hauptsache zur Promenade. Wenn du auch einen Platz auf der oberen Krieg hast, nur schönen Dank. Dann gehst du halt dahin. Wir müssen ja jetzt eh erst mal zurück, um erstens, ähm, ja, mit unseren, kommen, ja, Spezialisten hier, uns wieder neu abzusprechen. Und natürlich haben wir auch Quests, beziehungsweise neue Skills bekommen, möglicherweise zumindest, weil wir hatten ja beide einen Löffel ab. Oh, ich kann ja mal gleich mal gucken. Allgemein. Ja, Mörserhagel kriege ich neu. Juhu, genau den. Du bist da? Ja, ja, alles klar. Dann los. Bin schon unterwegs. Ula, ula. Oh, du musst dich bei Botschafter Everton melden. Ich guck mal hier runter. Ich glaub, ich muss direkt weiter. Ja, ich muss direkt weiter. Du musst nur zur Botschafter Everton. Dann gehen wir da mal hin. Bevor wir ja auch... Das ist gar nicht auch freigeschalten, gerade noch. Okay. Doch. Kommst du mal hier jetzt hin? Wir gehen jetzt erst mal hier runter. Komm erst mal runter. Versteht gerade nicht. Na, runter hier, da wo der große, die Statue ist, da. Ja, komm, wir mal hinterher. Hierher, hierher. Dann haben wir hier. Siehst du, hier, guck mal, die sieht hier genau ähnlich. Und hier vor dieser schönen Statue machen wir jetzt eine Pause. Direkt auf der Bühne hier. Ja, okay. Da wir die Musik ausgeschalten haben, könnt ihr leider ja keine Musik hören. Tut mir leid. Aber, ja, bedankt euch bei der GEMA. Ja. Verpasst dort mal ein paar Likes. Oder vielleicht, ja. Dann, Leute, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Wir singen hier dann beim nächsten Mal wirklich mit. Ich spür's. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.